Entweder Sommerferien, ja viel zu lange eigentlich, keine Ahnung, muss ich mir nochmal überlegen. Weil ich sag mal so, jetzt in den letzten Tagen kam keine Bewerbung mehr und vielleicht soll ich dann schon mal die ersten einladen. Dann suchst du halt die beste raus, ne? So, ich hab jetzt... Wie lange der Gang ist, ohne Spaß. Das wäre viel nerviger, wenn wir das im Wasser gebaut hätten. Immer stopfen und scheiß. So, ich bin gewohnt, Ende angekommen. Ende? Ja. Wehe, ist jetzt Wasser. Loll, hier ist Wasser. Ja, okay, dann reicht das, denke ich mal, erst mal. Alter, ich bin bis zum Fluss, vom Haus aus. Loll. Ja, wir könnten nochmal so einen Gang nach links und nach rechts machen, eventuell. Och, okay. Nein, erstmal gucken, ich guck mir das gleich mal an, wie... Kannst ja schon mal Kisten... Hol mal Birkenholz am besten, schon mal. Hab ich schon. Okay, die hab ich schon nachgefunden, die, ne? Hier, Birkenholz. Achso. Die hab ich nämlich, äh, nachgepflanzt, jede Menge. Alter, Jungler, wie viele Bäume hier so zusammen sind. Sie sich verarschen. Ja, genau. Hier. Die, wo der Affe steht. So, ich hab jetzt 18 Obsidian. Vier. Für den Enchantment Table. Ja, das reicht. Das langt. Battle, battle. Die erste Season haben wir eindeutig gewonnen. Übelst. Ja. Bei einem Endbattle war ich zu zweit und die waren zu dritt. Ja, war das so? Ne, ich mein, äh, ja, davor das Battle. Ja. Auf der Luftverästung. Aber ich mein, ganz am Ende, da waren doch nur die beiden und wir beiden. Und wir hatten die Speedtränke. Ja, die auch. Die hatten mir einen geschmeckt oder so. Ja, weil du gestorben bist, dann hat er den rausgesucht. Und du hast die beiden geschmeckt. Ja. Hat auch das bessere Schwert, ey. So ein OP-Schwert. Durch Glück bekommen. Echt Lack. So, alles klar. Ähm. Hier ist noch ein Stack. Cleanstone. Hm. Siehst du, wie lang der Gang jetzt ist? Ja, sehe ich. Ganz schön lang, ne? Übel. Moin. Moin, die Kohle kannst du vielleicht mal rausholen. Warte. Noch? Dann hole ich hier das Eisen mal. Ja, genau. Wir könnten so einen Gang machen. Und dann, äh, können wir da nämlich den Enchantmentable. Kann ich machen, wenn du willst. So. Dann kann ich das so machen. Äh, warte. Dass ich... Warte. Ich hab vielleicht schon wieder ein Stackholz verbraucht. Weißt du, einfach nur so ein Gang, der abgeht, äh... Ja, ja, mach ich gleich. Von den Enchantmentable. Ich sag mal Eisen. Okay, Eisen auch nicht mehr. Äh, Eisen direkt in den Meserator tun, aber kannst du in die erste Kiste machen. Das mach ich dann. Schon. Noch und noch einmal. So. Oh, irgendetwas hat da gekracht. Hier, warte mal. Warte mal, komm mal her. Oh, wir brauchen Kohle. Warte. Ich hab hier ja nochmal Kohle. Pack die direkt rein. Ja, kannst du das schon mal ausheben, wenn's geht. Dann im Boden. Äh. Warte, warte, ich muss hier noch was zumachen, Alter. Das kommt aber nach oben, in die Kiste. Tipp. So, Birke pflanze ich mal direkt nach. Die Birgit, die Birgit, Birgit. Birgit Holz. So. Bam. Ich mach mal hier so eine Fackel hin, dann wächst das ja schneller. Creeper. Oh, wo der Creeper kommt. Oh, hoffentlich geht nichts fort. Ne, ich bin drin im Haus. Ich hab überlebt. Ähm, Portal, wo bauen wir das hin, das ist die Frage. Ja, ich hab schon in Gang. Ja, äh, aber man hört es ja. Ja, weiter unten. Ich baue noch in Gang weiter runter, bestimmt. Achso. Geh mal rein, dann kommen wir. Ähm. Besten so ein Bunker, für ein Portal. So. Strom hast du ja noch genug auf deinen Teil da drauf. Ja. Gut. Also, hier kommt. Dein Charming Table hin. Warte, da runter kommt der, das andere Teil hin. Zack, 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 zack. Und dann hör ich noch mal ne Runde, lol, meinst du, sagst du? Ja, kann man machen. Oh, kann man euch nur empfehlen, alter, lol, ist das geilste Spiel, ey. Ne, ich liebe das Spiel, aber nur. Ne, meinst du nicht so geil, ne? Äh, ja. Weil ich hab euch der Lieblingschäm. Ich kann aber nicht so lange spielen, lol. Ja, kann ich auch nicht mehr so lange. Das, das... Das ist halt drei Spiele miteinander maximal. Ja. Ungefähr. Ich brauch mal einen Clean... Hast du einen Cleanstown für mich, Mann? Ja. Scheiße. Fuck. Machst du. Ja, tu bleib, das war nicht gar nicht. Dann kann ich das Kupfer hier eben draus holen. So. Äh. Mach ich erst mal so. Ähm. Ja, weil ich das Cleanstown da setzen wollte. Bäm. Boah, ich hab ihn nur, weil... Ich weiß auch nicht. So. Und denn. Ach, hier müsste das noch ein, damit das... Parallel ist. Ja, ich hab ihn nur noch ein, damit das alles rum. Ja, du bist doch. Meine, komm mal. Hm, ja, Moment. Und. Mal das Bett. Dingens. So. Soll ich dir noch mal Cleanstown reinhauen? Ja, kann ich überhaupt nicht. In halben Stick. So. Ja, ich komme. Sieht das ziemlich nice aus. Was? Das Haus. Der Keller hier gerade sogar. Warte. So. Noch oben ein bisschen, und das war's dann auch. Hm, hier muss man mal... Guck mal hier, das habe ich jetzt so gemacht. Oh, das ist gut. Vielleicht machen wir die Reihe mal mit, äh... Die lassen wir einfach weg. Die Reihe oben lassen wir mit Cleanstown, und unten kommen wir mit Heus. Ja, dann machen wir da Cleanstown hin. Weil sehen wir uns besser aus, wenn nicht. Guck mal. Ob das so viel in Charmiteil reicht. Also der Platz. Ja. Komm mal. Ähm, ja. Reicht das? Äh, ja, das... Ich hole mir eben mal die Ärzte. So, ich geh jetzt erstmal nach oben? Ja, doch, das müsste sein. Äh, da wo das Loch drin ist, da sollte der in Charming Table hin, ne? Ja, glaub schon. Ja, das reicht auf jeden Fall. Du kannst gerne das Eisenerz in die Kiste legen. Ich glaube, ich sterben war egal. In die Ärzte Kiste. Ah, ja, ich werde gleich sterben. Warum? Ich bin draußen. Hier die Löcher stopfen. So. Das Kleine muss nur Cleanstown hin. Genau, Cleanstown. Ja, Halmsteck brennt noch. Ding spätgrad, komm mal. Nee, auch clean. Ja, ich habe gerade kein Steam an. Ich werde nicht angeschrieben. Ach, stimmt. Und auf Aufnahme. Ja. Lass' er. Mein Teil ist schon fertig. Wollen wir gucken. Ah, gut. Und das auch noch, in der Wand. Kupfer. Loll. Einzahmen, Scheiße. Was sind jetzt schon wieder? Man hört nur, Loll, Scheiße. Nein, 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 nein. So muss ich damit erst machen, so ein bisschen höher. So, dann sieht das so ein bisschen abgeschlossen aus. Was hast du denn hier? Hier, Rad. Nein, noch Glas. Haben wir hier so ein Glasloch rein. Einmal nicht schwöre, gleich kommen Krüfer rein in die Sache. Hier, warte mal. Kriegst du mal... So, clean's down. Fünf Stück waren nass nur, aber... Einen brauche ich ja noch für den Enchartement-Table. Oh, mein, ich pflanze den jetzt ab. Oh, mein, ich komme mal, wo ich gehau'n. Ja, warte. Ich habe den Baum abgeholzt. Okay, das ist kein Ding ins Baum gewesen. Mein normaler. Zum Glück, ja. Pass ja schon gut auf. Ja, ich könnte mal wieder Gummi holen. Heißt ja, wieder nachgewachsen. So. Ich bau' dann jetzt mal den Enchartement-Table. Können wir machen. Dann musst du nur noch einen Raum machen für... Ups, schon wieder verbaut. Für das Portal. Ja, ja. Ja, ja. Ich bau' dann noch einen Raum machen. Ah. Ein Stack habe ich jetzt reingepackt. Ja, sieht gut aus. Ich finde, das sieht gut aus. Ja, das Weizen ist oben auch fertig. Ich muss sagen, das machen wir jetzt nachher größer. Die Farben sind scheiße. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Jetzt geht man kurz nach oben und packt der Erde auf, damit das natürlich hier aussieht. Ja, wollte ich gerade sagen. Ich so, was ist das denn jetzt hier? Ja, so hässlich auch, Alter. Oh, hier hast du jetzt so einen Baum. Abgeholt so einen Gummibaum. Den pflanze ich mal gleich nach.